ja da ist es das macbook er ich habe ja normalerweise immer im desktop pc genutzt normalen laptop und ich nutze auch immer noch auf jeden fall windows pc also ich bin keiner der jetzt nur mit apple klar kommt aber für die tatsache dass ich jetzt mit dem laptop unterwegs sein will brauche ich einfach ein gerät das dünn ist das leicht ist mit starkem akku und das schnell ist vor allen dingen schnell und da ist die erfahrung bei mir mit apple eigentlich ziemlich gut es ging immer schnell zuverlässig und die geräte waren auch leicht wunderbar keine schere es ist alles im prinzip vorbereitet zum auspacken leicht dünn gut verpackt eben auch ladekabel und ja da keine erklärung groß brauchen wahrscheinlich aufklappen und los geht's sehr schön ja jetzt startet er und da werde ich mal ein bisschen probieren dann Vielen Dank.